In den letzten Jahren habe ich über 100 Webseiten mit der Pro-Version von Elementor umgesetzt. Vor allem in meiner Agentur für Kunden, also Kundenprojekte, aber auch viele eigene Projekte, die ich mit Elementor Pro umgesetzt habe. In diesem Video gibt es einen detaillierten Vergleich der kostenlosen Version mit der Pro-Version von Elementor. Falls du dich also selber fragst, ob für dich die Pro-Version geeignet ist, dann ist dieses Video genau richtig für dich. Und keine Sorge, das wird jetzt nicht so ein langweiliges Video, wo ich mit einer Tabelle einfach vergleiche, die Funktion gibt es in der kostenlosen Version, die Funktion in der Pro-Version. Nein, so dämlich machen wir das nicht, sondern was ich machen werde stattdessen ist, dass ich dir wirklich die 5, 6 großen entscheidenden Unterschiede zwischen Free Elementor Version und der Pro-Version von Elementor, dass ich dir die zeigen werde und ich werde auch versuchen, das so ein bisschen mit praktischen Beispielen zu zeigen, warum diese Funktion vielleicht ein Vorteil ist oder wofür man diese Funktion nutzen kann. Ebenfalls sehr wichtig und deswegen bitte unbedingt dranbleiben bis zum Ende des Videos. Es gibt mittlerweile mehr oder weniger zwei Arten von Pro-Versionen. So eine Art Pro-Light-Version und eine Art Pro-Voll-Version. Da werde ich auf diese Unterschiede gegen Ende des Videos eingehen, wenn ich ja das Pricing zeigen werde, die Preispakete und was da eben die Unterschiede sind. Es ist also ein bisschen komplizierter geworden. Und unter dem Video befindet sich ein Link zu Elementor Pro, wo du Elementor Pro kaufen kannst, also von der offiziellen Webseite. Dieser Link ist ein Affiliate-Link, damit kannst du den Kanal unterstützen. Das bedeutet, wenn du über diesen Link kaufst, bekomme ich eine kleine Pro-Version. Für dich bleibt der Preis selbstverständlich gleich. Und so kann man eben diesen Kanal unterstützen, dass ich auch in Zukunft weiterhin Tipps, Tricks und Tutorials auf diesem YouTube-Kanal veröffentlichen kann. Starten wir los mit dem ersten ganz großen Unterschied, vielleicht der größte Unterschied zwischen der kostenlosen und der kostenpflichtigen Pro-Version von Elementor. Und das ist der Theme-Builder. Das heißt, wenn du die kostenlose Version von Elementor nutzt, dann bekommst du einen Page-Builder. Damit kannst du Seiten erstellen. Also alles zwischen der Kopfzeile und der Fußzeile kannst du mit Elementor gestalten, mit der kostenlosen Version von Elementor. Mit der Pro-Version hingegen bekommst du einen vollwertigen Theme-Builder. Und das bedeutet, dass du wirklich jeden Aspekt deiner Webseite komplett mit Elementor erstellen kannst. Du kannst also nicht nur die einzelnen Seiten mit Elementor erstellen, sondern du kannst auch die Kopfzeile mit Elementor erstellen, die Fußzeile mit Elementor erstellen. Du kannst auch erstellen, ja, das Blogpost-Layout, die Archivseiten, wie ein einzelner Blogpost aussieht, das Layout für einen einzelnen Blogpost und so weiter. Also wirklich jeden Aspekt. Als praktisches Beispiel gehe ich hier einfach mal auf, ja, eine meiner eigenen Webseiten, auf robert-leitinger.com. Hier gibt es immer wieder Tipps und Tricks rund um Online-Marketing, künstliche Intelligenz, aber auch ganz viel WordPress und Elementor. Ja, und da habe ich eben jeden Aspekt der Webseite mit Elementor gestaltet. Also jetzt die Kopfzeile, die Fußzeile, das dazwischen, aber auch ganz andere Dinge, wie zum Beispiel, wenn ich jetzt hier auf Blog klicke, siehst du, das ist so eine Übersicht meiner Blogbeiträge, oben mit einem Filtersystem. Da kannst du es nach Themen filtern, WordPress-Themen zum Beispiel, alle Themen und so weiter, SEO-Themen, Suchmaschinenoptimierung. Genau, und da, ja, wenn ich nach unten scrolle, kann ich mehr Beiträge laden und so weiter. Also das hier, was du hier siehst, auch das ist zum Beispiel 1 zu 1 mit Elementor gemacht. Und wenn ich jetzt einen Blogbeitrag öffne, das wäre jetzt so ein normaler Blogbeitrag, dann ist das eben auch mit Elementor gemacht. Und nicht falsch verstehen, ich habe nicht den Blogbeitrag in Elementor geschrieben, sondern ich schreibe meine Blogbeiträge ganz normal im WordPress-Core-Editor, also im Gutenberg-Editor von WordPress. Aber das Layout, das Design, in welchem dieser Blogbeitrag dann wiedergegeben wird, da habe ich mir sozusagen ein Template mit Elementor, mit dem Theme-Builder gebaut. Das heißt, ich habe so dynamisch gesagt, hier oben kommt immer die Überschrift hin. Hier kommt immerhin, wann wurde der Beitrag geupdatet. Hier bin ich als Autor. Dann kommt hier immer das Featured-Image, also das Beitragsbild. Und dann kommt hier der Content des Beitrags. Und auf der Seite scrollt sozusagen ein Inhaltsverzeichnis mit. Ich habe das, und dann unter dem Beitrag kommen dann weiterführende Beiträge aus derselben Kategorie. Und dann noch eine Kommentarfunktion und so weiter. Also das habe ich eben mit dem Theme-Builder erstellt. Und du kannst da auch wirklich, deswegen sage ich das auch, das ist so ein großer Vorteil, dass du da wirklich komplett individuell alles designen kannst. Ich habe zum Beispiel auf meinem Blog, auf robert-leitlinger.com, ja, normale Blogbeiträge, so wie ich es jetzt gerade gezeigt habe. Aber ich habe auch ganz viele Testberichte. Zum Beispiel hier ein Testbericht zu dem sehr guten WordPress-Hosting Hostinger. Also falls du noch ein Hosting suchst, kann ich dir auch empfehlen. Bekommst du 10% Rabatt mit dem Rabattcode robert10. Und da ist es zum Beispiel so, warum ich jetzt diesen Testbericht geöffnet habe, dann siehst du, das Layout ist hier anders. Ich habe hier auch die Überschrift. Ich habe hier auch das Datum und mich als Autor. Aber dann habe ich hier oben eine Testbox sozusagen. Also eine Box, wo mal so eine Kurzbewertung ist, wo die Sterne drin sind, wo das Logo drin ist vom Produkt, wo hier ein Link ist zum Produkt. Und dann ist es hier wieder sehr ähnlich. Also ich habe hier wieder den Content und auf der rechten Seite wieder ein mitscrollendes Inhaltsverzeichnis. Und dann zum Schluss eben wieder diese Beiträge. Das heißt, worauf ich jetzt hinaus wollte ist, du kannst eben mit Elementor einstellen, dass du sagst, okay, du erstellst dir jetzt ein allgemeines Layout für deine Blogpost zum Beispiel. Aber vielleicht, wenn du jetzt irgendwie andere Arten von Blogposts hast oder spezielle Arten, so wie es bei mir ist mit Testberichten, dann kannst du dir für diese Testberichte ein eigenes Layout erstellen und kannst dann zum Beispiel sagen, immer wenn jetzt ein Blogbeitrag in der Kategorie Test ist, dann bekommt er immer dieses Layout für Testberichte. Und wenn er nicht da drin ist, dann bekommt er das normale Layout und so weiter. Also du bist da völlig frei in der Gestaltung. Und das ist eben die Macht des Theme Builders, dass du da wirklich alles komplett frei erstellen kannst. Das ist auch nicht sonderbar komplex. Das sieht dann so aus, dass du dir einfach hier dann die verschiedenen Seiten anlegen kannst, zum Beispiel Archivseite oder dann eine alternative Archivseite oder hier den Header anlegen kannst, den Footer anlegen kannst. Du kannst auch einen alternativen Header. Du kannst sagen, okay, dein Header bei den Blogbeiträgen soll ein bisschen anders sein als dein Originalheader. Oder viele haben das zum Beispiel auf einer speziellen Landingpage. Da machen die dann gerne, das kennt man so aus dem Online-Marketing, dass dann das Menü verschwindet, dass die Leute nicht wieder im Menü wegklicken von der Landingpage, dass dann nur der Header nur mit dem Logo ist und so weiter. Dann kannst du sagen, okay, für eine spezielle Landingpage machst du einen speziellen Header und so weiter. Also alles das kannst du sehr, sehr einfach mit dem Theme Builder umsetzen. Die zweite ganz, ganz, ganz große Sache, die aber ein bisschen komplexer zu erklären ist und die vielleicht nicht jeder benötigt, aber wenn man damit arbeiten kann, dann ist es großartig, weil es es dir ermöglicht, dass du wirklich Webseiten ohne Grenzen bauen kannst. Das ist die Unterstützung für dynamische Daten. In der Pro-Version von Elementor werden dynamische Daten und eigene Felder unterstützt. Das knüpft schon ein bisschen an dem an, an die Theme Builder Funktionalität. Da möchte ich nochmal zur Erklärung kurz zurückgehen. Vielleicht, weil ich das eben gerade darauf eingegangen bin, wenn ich da jetzt einen Blogpost habe, habe ich ja gesagt, ich kann einmal ein Layout bauen, zum Beispiel wie hier oben und dann kann ich sagen, okay, hier kommt immer der Titel hin, hier kommt immer der Inhalt aus dem Gutenberg-Editor, was ich da schreibe, also der Blogpost-Inhalt hin und so weiter. Das sind eben quasi dynamische Felder. Mit diesen dynamischen Feldern kannst du Layouts bauen und dann werden die Daten wie Titel und Inhalt und so weiter werden dynamisch gezogen. Noch besser verständlich vielleicht jetzt mit dem Testbericht. Vielleicht hat sich der eine oder andere gefragt, ja gut, aber wenn ich da so ein Template erstelle, dann müsste ich ja für jeden Testbericht mit Elementor so einen eigenen Text ändern und so weiter. Nein, muss ich nicht. Ich habe nur ein einziges Mal dieses Template gebaut für Testberichte und diese Inhalte kommen von dynamischen Daten. Das heißt, hier oben kommt immer die Überschrift hin und dann habe ich mir mit Advanced Custom Fields, das ist ein kostenloses Plugin für WordPress, kannst du dir eigene Felder erstellen. Die werden dann hinzugefügt im Backend, im WordPress-Editor und da habe ich mir halt zum Beispiel für Testberichte die Felder erstellt, Kurzbewertung, dann Bewertung mit einer Anzahl, also Zahlenfeld und dann habe ich mit Elementor hier die Sterne reingegeben und habe gesagt, er soll sich die dynamischen Daten aus dem Bewertungsfeld ziehen. Das heißt, wenn ich jetzt eingebe, einen Testbericht schreibe und ich gebe ein, meine Bewertung ist 4 aus 5, dann werden immer 4 Sterne angezeigt. Oder in diesem Fall, wenn ich eingebe, es ist 4,8 von 5, dann werden 4,8 Sterne angezeigt. Wenn ich eine Kurzbewertung schreibe, wird diese Kurzbewertung immer hier ausgegeben. Wenn ich dann in diesen Testbericht das Logo des Produktes hochlade, wird es immer an dieser Stelle ausgegeben. Das heißt, ich habe dieses Template nur einmal gebaut und mit dynamischen Daten wird das dann immer da reingezogen. Das kann man eben nur mit der Pro-Version von Elementor machen, mit der kostenlosen Version nicht. Die Pro-Version unterstützt dynamische Daten überall, egal ob bei Textbereichen, bei Bildern oder auch bei Links. Zum Beispiel, ich gebe einmal den Link des Produktes ein und dann wird dir immer bei diesem Button, wird immer diese eine Link hinterlegt. Und das ist die Kraft der dynamischen Daten. Damit kannst du auch noch viel mehr machen. Zum Beispiel, du kannst Webseiten, wie soll ich sagen, intelligenter aufbauen. Das heißt, du kannst jetzt sagen, okay, du baust dir das Layout einmal und dann legst du ganz viele Seiten an und diese Seiten geben dann immer die Inhalte, die du dann in den Seiten, die dann geschrieben werden, werden immer in diesem einen Layout aufgebaut. Das hat mir schon oft auch mal den Arsch gerettet, möchte ich fast sagen, bei Kundenprojekten. Wenn du da viele Seiten aufbaust und so weiter, dann habe ich das eben mit dynamischen Daten mehr oder weniger aufgebaut, also sozusagen ein Template mit dynamischen Daten erstellt und dann nur die Inhalte wurden dann halt speziell da eben ausgegeben bei den einzelnen Seiten. Wenn der Kunde, wenn da viele Seiten sind, der möchte nur eine Änderung, dann müsstest du das ja auf allen Seiten machen. Musst du aber nicht machen, weil du hast ein Template mit dynamischen Daten, änderst es an diesem Template einmal sozusagen, das Layout und dann wird es auf alle Seiten übernommen. Also es gibt da viele Einsatzgebiete, ich weiß, das klingt vielleicht ein bisschen abstrakt für jemanden, der da gerade mal neu ist in der Materie, aber wenn du das so ein bisschen kennengelernt hast, dann wirst du das auch lieben lernen. Also diese Funktion mit dem dynamischen Daten in Kombination mit dem Theme Builder, das ist ein absoluter Game Changer, wie man Webseiten bauen kann. Nicht nur, dass du schneller und intelligenter deine Webseite umsetzen kannst, sondern du kannst sie auch mehr oder weniger grenzenlos umsetzen. Der nächste große Vorteil von Elementor Pro, der ist jetzt wieder viel einfacher zu erklären, Gott sei Dank, das ist der Pop-Up Builder. Also der Pop-Up Builder ist wirklich mächtig, wie der Name schon sagt, kannst du damit Pop-Ups machen, aber es ist wirklich eines der besten Pop-Up Builder, die ich für WordPress generell jemals genutzt habe. Du kannst damit jetzt nicht nur schöne Pop-Ups machen, indem du wirklich alle Widgets von Elementor in dem Pop-Up nutzen kannst, sondern was ich so großartig finde, ist, du kannst die Pop-Ups so perfekt fein steuern, wie du es kaum bei einem anderen Plugin oder Tool je gesehen hast. Also du kannst selbstverständlich einstellen, okay, ja, auf welchen Seiten diese Pop-Ups erscheinen sollen, nur auf der Startseite, vielleicht nur aus Blog-Beiträgen aus dieser Kategorie oder vielleicht nur auf dieser Seite. Du kannst einstellen, wann das Pop-Up erscheinen soll, zum Beispiel beim Klick auf einen Button oder vielleicht, dass es erscheint, wenn man 10% gescrollt ist oder 300 Pixel nach unten gescrollt ist oder dass es erscheint, wenn man von der einen Seite, nur wenn man von der einen URL auf diese Seite kommt, nur dann erscheint das Pop-Up ansonsten nicht. Kannst natürlich auch einstellen bei den Endgeräten, soll jetzt nur auf Tablet erscheinen oder soll jetzt nur auf Mobile erscheinen oder nur auf Desktop erscheinen oder auf allen erscheinen. Kannst das Pop-Up natürlich Fullscreen machen, hast hier alle Möglichkeiten, kannst Effekte einfügen, hier nochmal diese Conditions and Triggers, also da kannst du wirklich alles komplett vereinsteuern, auch mit Datum und Uhrzeit. Du kannst zum Beispiel sagen, okay, Pop-Up soll nur von 4.7.2024 bis zum 5.8.2024 angezeigt werden oder von dieser Uhrzeit bis dieser Uhrzeit und du kannst zum Beispiel auch so wie hier, du kannst, das ist auch eine gute Sache, zum Kontaktformular-Builder komme ich noch, Multistep-Kontaktformular im Pop-Up einbauen, das sich dann auf einen Klick öffnet. Du kannst ein Pop-Up jetzt nicht nur normal klassisch nutzen wie ein Pop-Up, sondern das ist zum Beispiel ein Kundenprojekt, was ich umgesetzt habe, da habe ich hier im Top-Menü dieses Icon eingesetzt und wenn du, dann klappt eben ein weiteres Menü auf. Also wenn man da draufklickt, klappt ein Menü auf und so weiter. Also du kannst es auch nutzen, dass du wirklich so ein Menü baust oder ich habe hier ein ganz simples, klassisches Pop-Up. Zum Beispiel, ich biete ja auch ein 1 zu 1 Coaching über Videocalls an und die sind aber derzeit sehr stark nachgefragt. Deswegen habe ich jetzt die nächsten Woche keine Termine frei und wenn man jetzt auf meine Coaching-Seite kommt, dann muss man warten, so zwei, drei Sekunden. Ja, und dann wird es getriggert und dann steht hier die Information, dass jetzt in den nächsten Wochen, also erst wieder ab diesem und diesem Datum, die neuen Coaching-Termine vergeben werden können. Also das Pop-Up-Modul von Elementor ist wirklich extrem gut. Wenn du was in diese Richtung benötigst, dann bist du mit Elementor Pro da wirklich schon gut bedient. Und das ist auch so eine Sache, schweife ich ganz kurz aus, aber wenn du jetzt, weil viele auch sagen, ja und Elementor Pro ist ja natürlich so ein großes und schweres Plugin und so weiter, so ein Page-Spieler ist auch schlecht für die Performance, dann vielleicht, erstens mal möchte ich dazu sagen, und warum ich da jetzt so ausschweife, ich komme gleich dazu, aber die Performance hat sich massiv verbessert in den letzten eineinhalb Jahren. Da hat Elementor so viel gemacht. Du kannst mittlerweile wirklich blitzschnelle Webseiten mit Elementor umsetzen. Die haben sogar direkt im Plugin einige Performance-Features integriert, damit die Webseite schneller wird. Und auch der Code, der im Hintergrund erzeugt wird, wurde deutlich reduziert. Worauf ich aber hinaus möchte ist, denn das Performance-Argument, wenn du jetzt so ein Plugin hast, wie Elementor in der Pro-Version, bekommst du so viele Funktionalitäten bereits mitgeliefert, dass du dir dann vielleicht fünf bis zehn weitere Plugins sparst, die du ansonsten installieren müsstest und die ja ebenfalls negativ für die Performance sind. Das ist ja auch so ein Argument. Da hat jemand mal gesagt, ja, er nutzt keinen Page-Spieler, weil das ist schlecht für die Performance. Und dann hat er eben quasi ein normales Film genutzt und so weiter. Und damit er seine Webseite umsetzen konnte, musste der halt ja über 25 weitere Plugins installieren. Ein Pop-Up-Plugin, ein Kontaktformular-Plugin, ein Plugin für dies, für das, für dies, für das. Und die Auswirkung war, dass seine Webseite dann dreimal langsamer war als jede durchschnittliche Elementor-Webseite. Er hat zwar erfolgreich auf den Page-Bilder verzichtet, aber damit er dann die ganzen Funktionalitäten bekommen hat, die er benötigt hatte, hat er halt x-tausend Plugins sozusagen, übertrieben gesagt, jetzt installiert. Und dementsprechend ist er viel schlechter rausgekommen, was die Performance betrifft. Und das wollte ich ihm nur sagen, warum ich da jetzt so abgeschweift bin, aber dieser Pop-Up-Bilder ist so ein gutes Beispiel dafür, dass du da eben wirklich viele Funktionen bekommst in der Pro-Version und du dann einfach wenig andere Plugins benötigst. Und da komme ich jetzt gleich zum nächsten Punkt, weil ich es auch schon kurz angesprochen habe. Kontaktformular. Elementor Pro hat einen guten Kontaktformular-Bilder integriert und generell in der Pro-Version bekommst du halt viel mehr Widgets und Elemente als in der kostenlosen Version. Nicht alles benötigt man, aber einige davon sind ziemlich sinnvoll. Und zwar dieses erweiterte, also dieses Kontaktformular-Widget. Das ist wirklich ein sehr, sehr ausgereiftes Widget, mit dem du Kontaktformulare erstellen kannst, die nur wenig Wünsche übrig lassen. Du kannst zum Beispiel auch ein Multi-Step-Kontaktformular erstellen, wo man dann so Schritte sozusagen durchklicken kann. Du kannst natürlich auch ein klassisches Kontaktformular erstellen. Du hast alle möglichen Felder, die du nutzen kannst. Du kannst Icons einbauen. Du kannst auch zum Beispiel ein Feld für Datei uploaden. Also du hast da wirklich alles integriert. Ich habe gesagt, die fast keine Wünsche offen lassen. Ein paar Wünsche lassen sie offen. Also es gibt keine konditionale Logik. Das fehlt mir nach wie vor. Das wurde aber angekündigt, dass das auch mal kommen soll. Das heißt, wenn man jetzt so ein Multi-Step-Kontaktformular macht, dass man sagt, okay, wenn jemand auf Feld A klickt, dann soll er danach irgendwas anderes angezeigt bekommen, als wie wenn jemand auf Feld B klickt. Das gibt es leider nicht. Das fehlt mir persönlich noch. Wenn das auch noch kommt, dann ist es wirklich so das beste Kontaktformular. Plug-in, Widget, wie auch immer, die man nutzen kann oder eines der besten. Das fehlt. Aber ansonsten hast du wirklich alles. Und wie gesagt, generell, wie ich es angesprochen habe, mehr Widgets, mehr Elemente. In der kostenlosen Version von Elementor hast du zum Beispiel auch ein Galerie-Widget, mit dem du eine Galerie einbauen kannst. In der Pro-Version hast du aber das Pro-Gallerie-Widget, mit dem du wirklich wunderschöne Galerien umsetzen kannst. Hier ebenfalls ein Kundenprojekt, das ich umgesetzt habe. Wenn man hier draufklickt in die Hochzeit-Stories, dann sieht man hier auch wunderschöne Galerien, wo die Bilder so nachgeladen werden. Ja, auch dann schön öffnen kann, durchklicken kann mit vielen Funktionen und so weiter. Also alles das sind Dinge, die eben Vorteile in der Pro-Version bieten. Und ein weiterer großer Vorteil der Pro-Version, auf das habe ich schon lange gewartet, wurde jetzt vor ein paar Monaten, wurde das implementiert. Das ist der Loop-Bilder. Ich habe zum Loop-Bilder ein eigenes Video gemacht. Dieses Video verlinke ich dir unter dem Video. Und wie gesagt, der Link zu Elementor Pro, den findest du auch unter dem Video, wenn du mich unterstützen möchtest. Vielen Dank dafür. Möchte ich jetzt nur kurz darauf eingehen, auf den Loop-Bilder, aber was ist ein Loop? Also in WordPress gibt es ja überall Loops. Zum Beispiel, wie ich es vorher schon gezeigt habe, wenn du deine Blog-Posts, deine Blog-Beiträge wo angezeigt bekommst, in der Kategorie oder in der Archivseite, dann ist das ein Loop, also so eine Schleife, eine Wiederholungsschleife. Oder wenn du jetzt einen Shop hast, WordPress und WooCommerce, wenn die Produkte ja angezeigt werden im Shop, dann ist das ein Loop. Wenn du einen Immobilienmakler seine aktuellen Immobilienbestände, die er vermittelt sozusagen auf seiner Webseite anzeigst, dann ist das ein Loop. Und Elementor hat mittlerweile einen Loop-Bilder, wo du wirklich jeden Aspekt komplett frei erstellen kannst. Und der ist wirklich sehr fortgeschritten. Also du kannst so ein Loop-Grid erstellen, zum Beispiel für deine Blog-Beiträge, zum Beispiel für Produkte, aber auch für Custom-Post-Types. Das heißt, wenn ich jetzt deswegen auch das Beispiel, weil ich für einen Immobilienmakler eine Seite umgesetzt habe, und da habe ich eben mit dem Loop-Grid von Elementor so ein Loop erstellt, wo wunderschön die Übersicht für die aktuellen Immobilien ausgegeben werden, mit den aktuellen Preisen. Und dann, wenn man draufklickt, bekommt man auf die einzelne Immobilie mit mehr Informationen. Und diese Daten werden auch dynamisch rausgezogen. Also wie ist der Preis von der Immobilie? Wird auch mit Platzhaltern gearbeitet? Sehr ähnlich wie bei diesen Custom-Fields, die ich vorhin schon angesprochen habe, beziehungsweise ist das auch so eine Verknüpfung miteinander. Aber dass du halt wirklich einen Loop komplett frei erstellen kannst. Auf meiner Webseite zum Beispiel hier ganz einfach gehalten, dieser Blog-Bus ist ein ganz einfacher Loop. Aber du siehst, du hast eben auch ein Filtersystem. Also du kannst das auch filtern. Also du kannst diese Loop-Grids filtern lassen. Auch das ist eine Funktion, die integriert ist. Bei mir ist es ganz simpel, ich habe halt hier nur das Bild und darunter eben den Titel. Und wenn man draufklickt, kommt man halt auf den Beitrag. Aber du könntest das natürlich, ich könnte das auch komplexer gestalten, wenn ich das wollen würde. Ich könnte zum Beispiel sagen, bei meinen Testberichten möchte ich, dass die Sterne auch gleich im Loop-Grid angezeigt werden. Und was eben auch möglich ist, ist, dass du zum Beispiel einstellst, okay, es sollen mal die ersten zwei, also es sollen zwei Blog-Posts nebeneinander ausgegeben werden. Und das dritte Feld ist dann zum Beispiel ein Werbebanner, dann wieder zwei Blog-Posts, dann wieder ein Werbebanner. Also alles das sind Dinge, die du mit dem Loop-Grid umsetzen kannst. Weiter darauf eingehen möchte ich nicht. Wie gesagt, ich habe ein eigenes Video dazu gemacht. Auch wirklich so ein Tutorial, eine Anleitung, wie du selber einen Loop erstellen kannst. Video ist hier unter diesem Video verlinkt. Ja, was ebenfalls ein Vorteil ist in der Pro-Version, das ist die hohe Anzahl von wirklich guten Templates, beziehungsweise Template-Kits. Was ist ein Template-Kit? Das ist quasi wie eine komplett fertige Webseite, die du mit einem Klick importieren kannst. Und dann kannst du mit wenigen Schritten die globalen Anpassungen machen, dass du sagst, okay, du änderst die Farben global auf der ganzen Webseite, du änderst den Schrittstil, den Schriftstil global auf der Webseite, also andere Schriftarten. Und dann kannst du ganz simpel einfach nur noch die Texte und Bilder austauschen und hast quasi eine eigene Webseite, kannst du somit in kürzester Zeit erstellen. Und in der Pro-Version gibt es halt viel mehr Template-Kits, die du nutzen kannst oder Templates generell. Warum? Weil viele Template-Kits teilweise auch auf dieser Pro-Funktionalität basieren oder sehr viele, also wirklich wo der Head, der Footer, wo du den Theme-Builder benötigst und so weiter. Also alles diese Dinge, die es in der kostenlosen Version nicht gibt. Das heißt, die wirklich guten Template-Kits oder Templates bekommst du einfach in der Pro-Version von Elementor. Und das sind wirklich richtig gute dabei. Wir können uns jetzt dieses eine mal kurz anschauen. Hier auf Preview Design, wie gesagt, mit einem einzigen Klick bekommst du hier die komplette Webseite importiert, richtig schön gemacht, auch mit so Animationen und so weiter. Wirklich, wirklich schön gemacht. Mit vielen Seiten, also hier die Startseite, dann die About-Seite, dann so Leistungen, Social-Media-Leistungen und so weiter. Dann wahrscheinlich eine News-Seite, das wäre dann so ein Blog. Also da sieht man hier auch so ein Custom-Grid, was da gemacht wurde in diesem schönen Design. Kannst du alles anpassen. Natürlich eine Kontaktseite, wo auch das Kontaktformular von Elementor verwendet wird und so weiter. Alles wunderschön anpassen. Und wie gesagt, das kannst du eben, solche Kits kannst du mit einem Klick importieren. Und dann kannst du einfach sagen, hierbei auch diese Farben, du musst nicht bei jeder Seite dann reingehen und die Farben umändern, sondern es sind ein paar globale Farben hinterlegt. Die kannst du global ändern. Dann stellen sich die Farben auf der ganzen Webseite um. Du kannst dann die Schriften, kannst du einfach einmal sagen, okay, das ist auch global hinterlegt, dann änderst du die Schriften und die Schrift größer und stellt sich auf der ganzen Webseite um. Und natürlich hast du dann immer noch die Freiheit, dass du jede einzelne Seite komplett nach deinen Vorstellungen bearbeitest und änderst. Also da gibt es natürlich keine Grenzen. Das waren für mich mal so die größten Unterschiede. Es gibt natürlich noch viele weitere Vorteile der Pro-Version gegenüber der kostenlosen Version. Einer davon ist zum Beispiel dieses Scrolling-Effekt, also Animationen. Da kannst du wirklich so beim Scrollen, dass so Animationen gemacht werden. Da sind viele Funktionalitäten eben in der Pro-Version integriert. In der kostenlosen Version hast du nur diese Basic-Animationen. Ich habe übrigens ein Video dazu gemacht, wie du die Animationen in Elementor mit einem kleinen Trick aufwerten kannst, sodass sie noch besser aussehen. Das verlinke ich dir ebenfalls unter dem Video. Ja, und es gibt natürlich noch andere Vorteile, wie so Kollaborations-Features zur Zusammenarbeit, Custom-CSS, die du bei jedem Element einsetzen kannst und so weiter. Also unterm Strich gesagt, die Pro-Version von Elementor ist schon eine Wucht und hat wirklich viele Vorteile. An der Stelle, und das war das, was ich am Anfang des Videos angeteasert habe, möchte ich noch aufs Pricing eingehen. Und zwar erstens mal muss man wissen, es gibt für Elementor eben, du kannst das Pro-Plugin kaufen mit eben zwei Versionen, Pro-Light und Pro-Normal. Darauf gehe ich jetzt ein. Es gibt auch ein komplettes WordPress-Hosting inklusive der Pro-Version von Elementor. Ist eine gute Sache und es ist wahrscheinlich das beste Hosting, das du in Kombination mit Elementor nutzen kannst. Allerdings, ich persönlich nutze eben, ja, lieber Hostinger. Verlinke ich dir meinen Testbericht zu Hostinger unter dem Video. Da bekommst du mit dem Rabattcode Robert10, auch 10% Rabatt auf Hostinger, weil es wirklich ein sehr gutes WordPress-Hosting ist auf Lightspeed-Servern. Wirklich sehr schnell, sehr gut für die Performance. Also ich persönlich habe das lieber getrennt. Ein eigenes Hosting und dann einfach nur das Pro-Plugin von Elementor. Da sind wir jetzt eben die verschiedenen Preispläne. Sie geben es jetzt mittlerweile monatlich an. Ich werde aber auf den jährlichen Preis eingehen, denn meines Wissens nach ist es sowieso immer jährlich zu bezahlen. Und es war bis vor wenigen Wochen noch so, dass der einzige Unterschied beim Pricing war, auf wie vielen Webseiten man das Pro-Plugin einsetzen kann. Das hat sich mittlerweile geändert. Es gibt hier nämlich bei der Essential-Version, wo man Elementor Pro für eine Webseite nutzen kann. Kostet eben 59 Euro pro Jahr. Da gibt es eine eingeschränkte Version. Ab dem Advanced, Expert und Agency Plan, Agency Plan nutze ich, für bis zu 1000 Webseiten kann man das Plugin da nutzen. Ab dort bekommt man alle Features. Das heißt, das Advanced-Paket, da kannst du Elementor auf bis zu drei Webseiten nutzen. Elementor Pro, es kostet 99 US-Dollar pro Jahr. Das Expert-Paket kostet 199 Euro pro Jahr, entschuldige, für 25 Seiten. Und hier 399 Euro für 1000 Seiten. So, wenn du jetzt aber das Essential, weil du sagst vielleicht für nur eine Webseite, dann hast du halt ein kleines Problem. Und das finde ich auch gar nicht so cool von Elementor, dass sie das so gemacht haben. Denn das ist jetzt nicht nur, dass es nur für eine Webseite ist, sondern es ist auch eingeschränkt. Man sieht es hier. Der Pop-Up-Bilder, den ich vorhin erwähnt habe und so hoch gelobt habe, der ist da leider nicht integriert. Auch die E-Commerce-Features und ja, das zum Zusammenarbeiten, das kann man vernachlässigen. Aber wenn man da im Detail schaut, die Detailunterschiede, diese ganzen dynamischen Daten, Advanced Custom Fields, eigene Felder, auch das, was ich so hoch gelobt habe, ist in diesen Plan, in diesen Essential-Plan für nur eine Webseite leider nicht integriert. Das heißt, wenn man wirklich von allen Vorteilen profitieren möchte, muss man mindestens auf den Advanced-Plan zurückgreifen. Dieser kostet eben 99 Euro pro Jahr und kann auf bis zu drei Webseiten eingesetzt werden. Das heißt, du kannst bis zu drei Webseiten mit Elementor pro erstellen. Also du kannst mehr erstellen, du kannst es auch mal deaktivieren auf der einen Webseite und dann auf der anderen Webseite wieder aktivieren und so weiter. Also das funktioniert auch. Aber das ist natürlich, das finde ich nicht ganz so cool, weil es könnte ja auch sein, dass du vielleicht nur wirklich deine eigene Webseite betreibst, diese eine Webseite und du möchtest auf dieser einen Webseite alle Funktionen haben. Da kannst du dann eben trotzdem nicht Essential nutzen, also kannst du schon, aber dann fehlen dir halt gewisse Dinge wie dieser Pop-Up-Bilder und diese dynamischen Felder und so weiter, die ich persönlich ja wirklich großartig finde, diese Features und diese fehlen da leider. Das heißt, was ich persönlich empfehlen kann, sind die Pläne wirklich also ab dem Advanced-Plan und da musst du halt schauen, für wie viele Webseiten du es benötigst und was da der richtige Plan ist für dich. An der Stelle nochmal der Hinweis, dass du den Link zu Elementor Pro, zu dieser Verkaufsseite, in der Videobeschreibung findest. Mit diesem Link kannst du diesen YouTube-Kanal unterstützen. Vielen Dank dafür. Ansonsten, wenn dir das Video gefallen hat, würde ich mich wie immer über einen Daumen nach oben freuen. Vielen Dank und ich hoffe sehr, wir sehen uns beim nächsten Video. Ciao! Der 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 Wir kommen.